Wir bauen uns den idealen deutschen Bauernhof zusammen. Hier leben drei Rinde, drei Schafe, fünf Gänse, 32 Enten, 40 Schweine und 576 Hühnchen. Das ist unser Bauernhof. Hier gibt es noch einen Bewohner, den Durchschnittsdeutschen. Die Tiere sind sein Lebensvorrat an Fleisch. Bis zu seinem Tod isst er alle Tiere, die hier leben, auf.